willkommen zu einem neuen video wie viele jahre benötigen wir zu sirius aldebaran und beta geuze wie in den anderen videos geht es wieder um die frage wie viele jahre brauchen wir zu den anderen sternensystemen mit dem auto zum beispiel oder mit ein viertel lichtgeschwindigkeit und mehr so jetzt noch die wichtigsten randdaten zur lichtgeschwindigkeit aufgerundet kilometer pro sekunde sind 300.000 und ein lichtjahr sind 9,5 billionen kilometer noch mal eine übersicht zu unseren zielen alpha centauri unser nachbarsonnensystem mit einer entfernung von 4,2 lichtjahren dann das sirius sonnensystem mit den sternen sirius a und b mit einer entfernung zur erde von 8,6 lichtjahren dann das doppelsternsystem aldebaran mit einer entfernung von 67 lichtjahren und zuletzt den roten riesenstern beta geuze mit einer entfernung von 640 lichtjahren wie gesagt wir fangen mit dem szenario die reise mit dem auto an mit 250 km h da haben wir einmal alpha centauri mit einer entfernung von 4,2 lichtjahren wir würden über 18 millionen jahre brauchen nach sirius a und b entfernung 8,6 lichtjahre würden wir über 37 millionen jahre mit dem auto benötigen als nächstes aldebaran a und b entfernung 67 lichtjahre wir würden über 290 millionen jahre mit dem auto benötigen das ist wirklich eine lange zeit die man da im auto sitzt 290 millionen jahre das ist wirklich sehr lang also beta als nächstes entfernung 640 lichtjahre da sind wir dann sogar zwei milliarden 2,7 milliarden jahre mit dem auto unterwegs da hilft dann auch kein bugatti mehr da muss man sich andere antriebe besorgen und jeder der eine vorstellung auch davon haben will der muss einfach mal ein kilometer fahren mit dem auto und man muss sich vorstellen die volle lichtgeschwindigkeit die hat 300.000 kilometer pro sekunde auch wenn es natürlich mit dem auto nicht wirklich möglich ist da im luftleeren raum zu fahren es ist einfach nur für die vorstellung gedacht so als nächstes mit dem photon in antrieb mit 25 prozent lichtgeschwindigkeit da sind wir mit alpha centauri 16,5 jahre unterwegs alpha centauri wie gesagt nächstes sonnensystem sirius a und b entfernung 8,6 lichtjahre mit dem photon in antrieb 34 jahre würden wir benötigen und als nächstes kommen wir zu aldebaran a und b entfernung 67 lichtjahre 270 jahre lang wären wir mit dem photon in antrieb unterwegs das sind übrigens rechts oben steht 270 millionen kmh das ist schon eine ganze stange mehr als wie mit dem auto und als nächstes beta geuze der riesenstern entfernung 640 lichtjahre wir wären 2600 jahre mit dem photon in antrieb unterwegs das sind wirklich unvorstellbare zahlen auch mit dem photon in antrieb auch mit ein viertel der lichtgeschwindigkeit da muss man einfach sagen okay dann muss sich die menschheit noch irgendwas einfallen lassen wie man vielleicht die menschen einfrieren lassen kann währenddessen sie auf den weg sind nach beta geuze oder wo auch immer natürlich ist beta geuze kein stern wo man unbedingt hin möchte da er vielleicht explodieren könnte aber für unbemannte sonden ist es allemal möglich so als nächstes lichtantrieb so nenne ich den jetzt einfach mal 85 prozent der lichtgeschwindigkeit würden hier dann nur noch sechs jahre benötigen das schon deutlich deutlich kürzer einer geschwindigkeit von 918 millionen km h sirius a und b wir würden hier elf jahre benötigen so und als nächstes aldebaran a und b hier würden wir 90 jahre benötigen das wäre ungefähr ein menschenleben für 67 lichtjahre ist das immer noch gewaltig meiner meinung nach so und als nächstes kommen wir zu beta geuze dem riesenstern 46 lichtjahre ist er entfernt wir benötigen hier immer noch 852 jahre mit dem fiktiven lichtantrieb das ist immer noch sehr lange für eine sonde ist das immer noch sehr sehr lange auch vor allem jetzt stellt euch doch einfach mal vor die nase würde sagen so wir machen jetzt mission zum beta geuze mit unserer sonde in 850 jahren werden wir euch dann bescheid geben wie es dort wirklich ausschaut da wird sich jeder denken ja toll fahre ich doch lieber mit dem fahrer zum mond da habe ich mehr davon geht natürlich auch nicht im luftleeren raum aber soll ja auch nur ein kleiner witz sein so letztendlich interessieren uns nicht nur die sehr sehr heißen sterne sondern auch die umkreisenden planeten oder auch andere mysteriöse sachen des universums die wir mit einer sonde da anzutreffen hätten auf alle fälle vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao